Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Geistesburg vom Projekt. Ich habe nochmal die Karte komplett neu aktualisiert, weil, ja, es gibt nicht viele Gründe. Mir hat es auch nicht mehr Spaß gemacht, wie ich angefangen habe. Jetzt habe ich da schon mal vordrescht und auf der Map werde ich euch jetzt besprechen, die wird nicht gelöscht. Und da wird alles so weitergehen und wir haben dann halt drüber auf dem anderen Feld rogerpresse, äh, rogerpresse, also Stroh und da Stroh und da Triticale auf dem halt roger und ich würde sagen, wir dann mal mit dem Triticalacker beginnen. Ja, und vielleicht haben wir noch geschwind eine Reihe oder zwei so und dann machen wir die Zeitraffer rein. Und, falls ich, machen wir noch geschwind aus, ähm, beim letzten Video vom Geistesbauprojekt habe ich es ja das erste Mal geschnitten gebraucht und da ist die Wasserschrift drin, also so heißt es. Das ist der Grund, weil ich noch bisher das Programm kostenlos nutze, aber ich werde es bisher auch weiterhin nicht zahlen. Erst wenn ich mag, okay, bei euch kommt es gut an und nach ein paar Videos, wo ich mag, okay, bei euch kommt es echt gut an, dann mache ich das. Aber jetzt momentan rendiert es sich noch nicht, weil es, also, erst wenn es gut ankommt bei euch, dann werde ich das machen und, ja. Ich würde sagen, dann pressen wir mal die Reihe. Und, ja, vielleicht machen wir auch jetzt gleich den Zeitraffer rein und würde ich sagen, äh, starten wir jetzt mit dem Zeitraffer und würde sagen, wenn wir mal die Triticalacker durchpressen und dann sagen, dann starten wir mit dem Zeitraffer und bis gleich. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das weiß ich aber noch nicht. Und hätte ich sagen, brauchst du das jetzt mal für heute wieder. Und machen wir einfach jetzt aus dem Teil 1. Denn wie es denn je gäbe, fangen wir jetzt neu an. Teil 1 Geiselberg Projekt. Und würde ich sagen, danke für den Zuschauer. Lasst ein Abo da, ein Like. Und würde mich freuen, wenn man das nächste Mal wieder einschaltet. Und ja, danke, ciao. Vielen Dank.